Was immer so ein Warnsignal für dich sein sollte, ist, wenn du halt generell das Gefühl hast, okay, du bist jetzt schon fünf Schritte weiter als alle anderen, mit denen du Kontakt hast. Das hat so dieser Satz auch, kennt man ja auch, wenn du der klügste Mensch im Raum bist, dann verlass den Raum. Ja, herzlich willkommen hier wieder bei der A&M. Heute soll es mal um ein etwas anderes Thema gehen, mit dem du, ich sag mal, mittelfristig dein gesamtes Unternehmen auch ändern kannst. Ich hab den Marvin hier wieder dabei. Mein Name ist Alex, du kennst mich ja wahrscheinlich schon. Und ja, wir wollen heute gemeinsam mal darüber sprechen, was es bedeutet, sein Umfeld zu verändern und wie die Standards und das Leben, was du jetzt hast, halt von deinem Umfeld einfach beeinflusst ist. Ja, Marvin, willst du dazu mal ein paar Worte verlieren? Ja, das Interessante ist ja, dass die eigene Denkweise, so wie man an Sachen rangeht oder so wie man generell über Sachen nachdenkt auch, die ist halt sehr, sehr stark abhängig von den Personen, mit denen man sich übergibt. Genau. Und das merkt man halt, wenn man zum Beispiel jetzt im eigenen Umfeld oder so, hat man ja häufig so seinen Freundeskreis. Ja, und das sind meistens auch jetzt, also einige haben natürlich Freunde, die auch Unternehmer sind oder einige haben natürlich auch Freunde, die keine Unternehmer sind. Und da ist eben entscheidend, das auch bewusst zu machen. Also wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, dass du dich mit einer bestimmten Art von Leuten nicht mehr treffen sollst oder so. Ja. Darum soll es überhaupt gar nicht gehen. Sondern es soll einfach darum gehen, dass die Leute, mit denen du dich umgibst, die haben einen großen Einfluss auf deine Gedanken und wie du an Probleme rangehst. Und was ich damit sagen will, ist, dass einfach auch wenn du dich zum Beispiel mit anderen Leuten umgibst, die Handwerksbetriebe führen oder die eben zum Beispiel schon weiter sind als du selber oder die schon viel mehr gesehen haben als du selber, dann reden auch diese Leute über Probleme oder über Lösungsansätze und so weiter, wo du zum Beispiel noch nicht mal wusstest, dass du diese Probleme hast. Oder dass du gewisse Sachen so und so lösen kannst. Und das ist halt ein sehr, sehr guter Hebel, um deinen eigenen Betrieb einfach entspannter aufstellen zu können. Dass du einfach zum Beispiel mehr Fachkräfte findest, dass der Betrieb strukturierter abläuft oder dass sich die Aufträge noch mehr lohnen und so weiter. Und darum geht es halt eigentlich. Ja genau, also es ist viel zu viel überlassen, dass es da meiner Meinung nach auch dem Zufall irgendwo, dass wir Leuten die Zeit verbringen. Ja, ich verbringe ja mit denen Zeit, die bei mir in der Umgebung sind, die bei mir in der Nähe wohnen. Aber ob das dann unbedingt die Leute sein müssen, die dich voranbringen können, das sollte man immer hinterfragen. Also wie Marvin schon gesagt hat, erste Frage, die man sich stellen kann, die Leute, mit denen ich Zeit verbringe, sind die an irgendeinem Punkt, das muss auch nicht schon in dem Fall sein, das kann ja auch zum Beispiel Fitness-Technisch sein, in der Beziehung auch immer an dem Punkt, wo ich gerne hin möchte. Und nur dann sollte man mit denen noch Zeit verbringen. Wenn das Leute sind, die weder Beziehung, Fitness noch irgendwie im Business noch irgendwie in anderen Punkten so weit sind wie du, dann werden die dich auch nicht weiterbringen, dann werden die dich eher zurückziehen. Und da ist es sicherlich auch, wie du schon sagst, man muss sich nicht das ganze Umfeld austauschen, das soll gar nicht sein, aber vielleicht einfach mal ein paar Leute mit aktiv ergänzen, die einen Schritt weiter schon sind als du. Und das wird sich automatisch auf dich auswirken, es geht gar nicht anders, weil du wächst zwangsgläubig mit deinem Umfeld mit, oder schrumpfst halt mit ihm, je nachdem, was für ein Umfeld du hast. Ja. Und das ist auch für die meisten gar nicht so einfach, weil die meisten hängen halt in ihrem Tagesgeschäft fest, die haben jetzt nicht die Zeit, dann noch irgendwie auf irgendwelche Speed-Datings zu gehen unter Unternehmern. Und zu dem Zweck haben wir zum Beispiel bei uns bei der A&M eine Mastermind geschaffen. Ja, da merke ich das auch immer am häufigsten, was für einen krassen Einfluss das hat, weil da ist es zum Beispiel so, ich muss dir vorstellen, wir treffen uns immer so in, also regelmäßig, wöchentlich immer in so einem Zoom-Raum, wo wir immer über Themen sprechen und so weiter, wo dann auch konkrete Fragen gestellt werden. Hier, ich habe die Frage, wie ich das hier mit meiner digitalen Baustellenmappe machen soll oder, ja, ich brauche. Vertriebsprozess optimieren. Genau, Vertriebsprozess optimieren, Preise und so weiter, durchsetzen und so weiter. Und dann treffen wir uns ja noch zu den Fachfirmenkongressen auch live, aber häufiger ist es eben in diesen 1 zu 1 oder in diesen Calls, wo auch die ganze Gruppe zusammenkommt. Und da merkt man das halt sehr, sehr krass, weil selbst wenn du einfach nur zuhörst, worüber andere auch reden, wir haben das ganz oft, dass zum Beispiel jemand fragt, ja, hier, ich bin jetzt gerade dabei, so meine digitale Baustellenmappe und so weiter aufzubauen, damit das Ganze eben stabiler läuft und so weiter. Und dann ist jemand dabei, der kommt ganz neu rein in die Gruppe oder der ist jetzt das zweite oder dritte Mal dabei und der hört so, Moment mal, wie, warte mal, digitale Baustellenmappe und so und okay. Und dann reden wir darüber und das ist ganz selbstverständlich für uns, dass man das halt digitalisiert hat und so weiter und reden da noch über Verbesserungen und so weiter. Und der denkt so, warte mal, ich habe sowas gar nicht. Ich habe gar keine digitale Baustellenmappe, wo alles zentral abgelegt wird, digital und die Leute auf Montage Fotos machen und so weiter. Und dadurch halt einfach Fehler reduziert werden. Und auf einmal fängt so das Gehirn auch an zu arbeiten. So, hm, okay, ja, dann muss ich mal die Jungs fragen, wie das dann bei mir und so sein könnte und so. Und alleine dadurch, dass du dazuhörst, führt das einfach dazu, dass du dir auch ganz andere Fragen stellst. Warum habe ich sowas noch nicht oder wie kann ich das bei mir umsetzen und so. Und das merke ich halt total oft, dass auch Leute, die dann neu dabei sind, die hören dann so die ersten ein, zwei Calls auch erst mal da so mit dazu. Und dann irgendwann beim dritten, vierten Call kommt oder so, kommt dann auch, wir haben dann auch eine Gruppe, wo wir dann eins zu eins mit den Teilnehmern schreiben, kommt dann so die Frage, ja, ich würde auch ganz gern jetzt so eine Baustellenmappe bei mir aufsetzen. Und das ist halt genau dieser Effekt, weil wenn du da gar nicht mit dabei gewesen wärst oder das gar nicht so auch arbeiten würde oder dir dann im Alltag nicht auch dann mal Situationen auffallen würden, wo du sagst, ja, hier, da brauche ich das eigentlich auch, dann hast du dafür gar kein Bewusstsein. Und da muss dann einfach mal so eine Art, so ein Umfeldwechsel auch mal da sein. Und das kann man sich auch eben sehr, sehr einfach damit dazuholen, indem man gar nicht das wirklich räumlich oder physisch von den Leuten, mit denen man sich umgibt, sondern dass man einfach eben zu einer Gruppe dazukommt, wo schon Leute sind, die gewisse Sachen umgesetzt haben und da auch einfach damit profitiert. Ja, was immer so ein Warnsignal für dich sein sollte, ist, wenn du halt generell das Gefühl hast, okay, du bist jetzt schon fünf Schritte weiter als alle anderen, mit denen du Kontakt hast. Also dieser Satz auch, kennt man ja auch, wenn du der klügste Mensch im Raum bist, dann verlass den Raum, weil du wirst nicht weiterkommen. Und natürlich ist es komfortabel, zu sagen, okay, ja, ich weiß ja immer schon alles, was die machen. Ich bin ja schon immer drei Stufen weiter, ich bin ja schon immer der Bestaufgestellte. Aber verlass dich drauf, es gibt Unternehmen, die noch besser drauf sind als du, als sein Unternehmen. Das ist immer so. Und die schon weiter sind einfach, ihre Ziele schon erreicht haben. Und natürlich den Kontakt zu denen zu suchen, ist auch irgendwo ein bisschen schmerzhaft, weil du hast ja noch häufiger mal einen Punkt, wo du sagst, ja, nee, natürlich ist das Schwachste, wie du es gerade machst. Dieses Feedback muss man auch akzeptieren, weil es wird sich nichts ändern, wenn du dich halt nicht änderst. So ist es, es fängt ja immer bei einem selber an. Und das Umfeldsänderung ist einer der effektivsten Wege tatsächlich, weil du wirst dich zwangsläufig anpassen, wenn du dem Umfeld überleben willst. Und das ist der ganz große Vorteil. Also wirklich, wenn du eine Abkürzung suchst, zu Wachstum, zu Erfolg, zu was auch immer du dir vorstellst, ändere dein Umfeld. Das ist die Abkürzung. Ja. Wenn du da Interesse hast, was ich gerade erzählt habe, dann geh gerne mal auf www.am-beratung.de und sprich uns an. Wir können dir da weiterhelfen, dass du da eben auch mit aufgenommen wirst in so eine Gruppe, wo es darum geht, deinen Handwerksbetrieb noch besser aufzustellen. Kannst du gerne Kontakt zu uns aufnehmen über unsere Webseite, wie gesagt. Wenn das ganz interessant für dich ist, dann schreibe auch gerne hier unter dem Video in die Kommentare oder wenn du Fragen dazu hast, können wir da auch gerne drauf eingehen. Da antworten wir auch mal persönlich auf deine Fragen. Und ja, wenn dir das ein interessanter Gedanke für dich war, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das hilft uns natürlich immer zu sehen, auch welche Themen gut ankommen bei euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und ich wünsche dir noch einen sehr, sehr guten Tag und bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020